Nein, Community geht leider nicht, Fabian, tut mir leid. Das hat Kahn so festgelegt, diese Regel. In meiner Challenge hat Kahn das einfach so festgelegt. Ja, aber das wäre zu einfach, Danja. Das wäre zu einfach, Danja. Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Kahn ist heute mit mir wieder in Brookhaven am Start. Hello, grüß euch. Leute, beziehungsweise Kahn. So macht man das, Danja, so macht man das. Man unterbricht nicht die Leute die ganze Zeit. So, jetzt mach weiter. Hast du mich nicht gerade literally unterbrochen? Leute, wir werden heute versuchen, adoptiert zu werden. Und zwar schauen wir, wer von uns beiden das schneller hinbekommt. Wir sind hier gerade auf einem englischsprachigen Server. Also ich habe hier noch keinen gesehen, der uns kennt. Wir müssen versuchen, uns natürlich bei jemandem einzuschleimen. Vorurteilweise natürlich bei reichen Leuten. Und dann mal gucken, ob uns jemand aufnehmen möchte. Ich mach mich dafür auch mal ein bisschen kleiner, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass das helfen könnte. Ja, habe ich auch direkt mal gemacht, weil ich habe das Gefühl, als Erwachsener wird mich keiner adoptieren. Deswegen bin ich einfach ein Kind. Ich habe einen Koffer. Also da oben auf dem Berg ist gerade ein Haus. Und da versuche ich einfach mal reinzukommen. Und mit der Hoffnung sozusagen, dass ich adoptiert werde. Weil das Haus sieht auch sehr familienfreundlich aus, muss ich sagen, Danja. Familienfreundlich. Ich packe mal den Kinderwagen. Kann ich nicht mit dem Kinderwagen so? Achso, dann laufe ich selber damit rum. Nee, so ist das ja falsch. Ich habe gedacht, ich kann mich da selber reinlegen. Ist alles erlaubt oder wie sieht es da aus? Es ist alles erlaubt, Kahn. Du kannst alles tun, um adoptiert zu werden. Okay. Ich gucke mal, ob die Person überhaupt zu Hause ist. So, ich versuche jetzt mal. I need a family, please. Please, please adopt me. So, also die Person. Ah, guck mal, jetzt ist die Tür auf. Aber echt schon adoptiert, oder? Also ich komme in das Haus rein, aber die Person ist, glaube ich, noch nicht da. Also was heißt denn adoptiert? Wenn man da ein Mitbewohner ist oder was? Ja, also wenn du als Mitbewohner da hinzugefügt wirst, finde ich, das zählt auf jeden Fall. Und wenn halt jemand schreibt, yes, you are adopted. Oder yes, you can come in my family. Irgendwie sowas, weißt du? Was halt, oh mein Gott, hallo, ich glaube, ich habe die... Hallo? Kannst du mich bitte, kannst du mich hochheben vielleicht? Hallo? Ich verschenke einfach mal was. Ich werde geschultert. Okay, ich darf schon mal hier auf die Schultern. Also ich habe hier schon mal jemanden. Oh, bitte bring mich jetzt nicht einfach raus. Ich bin jetzt einfach mal nett und freundlich. Ja, versuch das doch mal so. Aber warum ist denn die Person überhaupt nicht zu Hause? Voll schade, weil das Haus ist voll schön. Also ich würde ganz gerne hier bleiben. Aber die Person ist anscheinend nicht zu Hause. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt hier gerade einen Familienausflug schon machen. Ich kann das noch nicht so richtig einschätzen. Ja, also es muss schon, es muss schon da stehen irgendwie so, ne? Entweder Mitbewohner oder du wurdest adoptiert, wie du gerade selber gesagt hast. Ja, ja, natürlich. Ich will aber, ich will aber, dass ihr, ich will das hier gut schaffen. So, wie sieht es hier aus? Okay, wir gehen schon zusammen einkaufen. Das ist ja schon mal schön. So, ich versuch's mal. Also sie scheint auch, ist das die Bürgermeisterin? Also komm, ich brauche jetzt aber eine Familie. Wäre natürlich gut, wenn du mich vermitteln könntest. Ich schreib jetzt. Oh, dann ja. Hier steht Nein. Play? Äh, I'll be your mom. Oh nein. Great. Äh, do you have a house? Oh nein. Es kann sogar sein, dass es die ist, ähm, auf dem Berg, auf dem Wolfsberg. Ich freue mich so. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob sie mich beleidigt hat oder nicht. Auf jeden Fall sehe ich nur Hashtags. Auf jeden Fall hat sie gesagt, dass sie, äh, kannst du ja im Chat lesen. Okay, ja, cool. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ich folge ihr mal, ob ich Mitbewohner werde. Das ist natürlich die Frage, ob sie eine strenge Mama ist oder nicht. Also mir wurde gerade auch schon Schokolade gekauft und ich darf die ganze Zeit auf den Schultern sitzen. Aber sie redet nicht mit mir. Und das ist halt... Also, das Problem ist, sie ist, sie ist die, äh, Bürgermeisterin. Also ich durfte jetzt sozusagen auf ihre Schultern... Oh, warte, warte. Warte, warte, warte. Okay, äh, hier ist ein... Okay, sie... Ah, okay, sie ruft gerade die Feuerwehr an. Also ich, äh... Ist euer Haus Haus 11 oder was? Äh, nein, eigentlich nicht. Ich glaube nicht. Aber sie ist die Bürgermeisterin. Aus diesem Grund will sie wahrscheinlich... Oh no. Is that... Okay, warte. Ich warte jetzt erstmal. Sie telefoniert anscheinend? Ich bin jetzt auch mal so wie du und schreib an die The Family. Vielleicht schreibt sie das dann auch. Wow, wer ist mir jetzt hier eingestiegen? Das ist, das ist meine Mama jetzt. Ja, nicht deine Mama, meine. Bei der, wo ich gerade bin. Ich wäre nicht deine. Ich wäre nicht deine Schwester werden. Das wäre ja grauenhaft. Och, och, jetzt haut sie aber einfach ab. Ja, hallo, nö, das zählt nicht. Wenn Fabian jetzt hier schreibt, äh, nö. Wo? Ja, ich versuche ja hier gerade bei jemand anderem. Ja. Also Leute, auf jeden Fall nicht mit der Community, weil das wäre ja zu einfach. Okay. Ich glaube, die Bürgermeisterin, also meine Mama hat nicht so viel Zeit für mich. Muss ich viel arbeiten. Sie telefoniert gerade mit der Feuerwehr anscheinend, aber das funktioniert nicht so ganz. Ich weiß halt nicht, ob sie das ist, die hier geschrieben hat, let's go to my place, oder... Nee, ich glaube halt nicht, weil das hätte ich ja wahrscheinlich gesehen. Also, Danja, ich finde aber trotzdem, dass ich die Challenge schon gewonnen habe, dass ich adoptiert wurde, weil sie... Ja, du hast die Challenge auch gewonnen. Ja, es regt mich total auf. Wie schnell ging das denn jetzt bitte? Warum wirst du sofort adoptiert und ich sitze da wie so ein... Weil ich süß bin. Nicht abgeholtes Stück Schinken. Das ist ja schlimm. Danja, ich bin einfach süß. Du bist nicht süß. Doch. Ich bin einfach süß. So, und aus diesem Grund wollen mich auch alle adoptieren. Alle? Eine Person? Ach man, das Ding ist, wenn sie jetzt hier schon eher irgendwie mal was geschrieben hätte, aber sie redet nicht mit mir. Ich glaube, sie hat mich innerlich schon adoptiert. Ja, also... Also, bei meiner Mutter ist es gerade auch so, also sie... Okay, sie ist jetzt im Krankenhaus und guckt nach den Neugeborenen. Heißt das, sie will jetzt schon wieder adoptieren? Hä? Wir sind auch gerade im Krankenhaus. Was ist denn hier los? Äh, okay. Hey, oh mein Gott, ich glaube meiner... Ich glaube, ihr geht's... Sie hat mich einfach im Krankenhaus zurückgelassen. Ich fass es nicht. Kannst du mich bitte wieder mitnehmen? Also, sie ist gerade... Ah, okay. Sie prüft gerade, ob die Feuerwehr ihren Job macht. Bei mir ruft sie gerade jemanden an. Oh nee, bitte, bitte gib mich nicht wieder ab. Okay, sie sagt, I stay. Okay. Aber ich glaube nicht, dass das ihr Haus ist. Ist aber nicht schlimm. Ist aber nicht schlimm. Boah, die hat mir ein Handy geschenkt. Ja, okay, das ist aber... Ja, aber das können ja auch Freunde machen. Welche Freunde schenken ihr denn bitte ein Handy? Also, ich rufe jetzt erst mal jemanden im Krankenhaus an. Okay. Also, ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu gefährlich ist für Kinder hier, für mich. Aber es brennt auch nicht mehr. Okay, die Feuerwehr hat einen super Job gemacht. Finde ich sehr, sehr gut. Vielen Dank. Habt ihr richtig gut gemacht. Also, Karin, ich muss sagen, ich, ich, also, ich, ich weiß nicht, ich, ich finde das irgendwie, ich finde das jetzt gerade, wenn ich das so wieder, wenn ich drüber nachdenke, finde ich es gar nicht fair. Doch, also, ich finde es voll fair, weil, also... Ich kann es gerade einfach schon wieder nicht glauben. Wie kann denn das sein, dass du direkt adoptiert bist, sofort? Ja, kannst du mal sehen. Könnte ausrasten, wirklich. Es ist unglaublich. Wie kannst du denn sogar in so einer Challenge gewinnen? Das regt mich auf. Das regt mich auf und deshalb gehen wir jetzt auch, weil sonst muss ich nämlich heulen. Warte, warte, hier ist noch eine Person. Warte, warte, ich abhauen. Du lässt dich jetzt nicht nochmal adoptieren. Nein. Ich brauche eine Familie, bitte. Okay, ich habe jetzt nochmal gestriebt. Mal gucken, ob sie es akzeptiert. Nein, Community geht leider nicht, Fabian. Tut mir leid. Das wäre ja nicht fair. Hat Kahn festgelegt. Das hat Kahn so festgelegt, diese Regel. In meiner Challenge hat Kahn das einfach so festgelegt. Ja, aber das wäre zu einfach, Danja. Das wäre zu einfach, Danja. Ich glaube, meiner Mama geht es nicht gut. Das war natürlich eine heftige Antwort. Ja, also sie ist einfach aus dem Server gegangen anscheinend. Okay, Danja, aber trotzdem habe ich diese Challenge gewonnen. Wie sieht es bei dir aus? Hast du schon eine Familie? Also ich glaube, sie redet halt einfach nicht mit mir. Aber sie trägt mich immer rum und so und passt auf mich auf und alles. Also ich glaube schon. Obwohl, warte, sie ist noch hier. Sie ist noch hier. Hallo. Deshalb, ja, glaube ich, hat Kahn das tatsächlich gewonnen. Ich habe irgendwie auch eine Familie, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht so richtig. Schreibt ihr mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Hat sie mich adoptiert oder erträgt sie mich nur? Schreibt es mal unten rein. Und falls ihr mehr von solchen Challenges sehen möchtet, dann empfehle ich euch Kahn und mich zu abonnieren. Die Glocke zu aktivieren. Ich bin gerade voll froh. Und einen Daumen nach oben dazu lassen. Also ich glaube, ich werde hier gut akzeptiert im Rookhaven. Ja, dass du das gewinnst, damit hättest du selber nicht gerechnet. Ja, ich auch nicht. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Ja, das dachte ich mir. Das ist eine Surprise, das ist eine Überraschung für mich. Ja, können wir jetzt das Video mal beenden? Das ist ja okay. Ich bin ja jetzt schon, ich bin gedemütigt genug. Ciao, Kakao. Ciao. Ciao.